Wow, hier sind ja noch mehr Puppen. Ja, da hast du recht. Wusstest du, dass die Menschen in der Stadt früher selbst Tiere halten mussten, weil sie nicht jagen durften? Das war den Reichen vorbehalten. Schau mal rechts in den Kasten da. Da ist die Küche und unten drunter ist die Böttcher-Werkstatt. Wozu brauchte man denn eine Böttcher-Werkstatt? In einer Böttcher-Werkstatt stellt man Fässer und Gefäße her. Tragebotten, Waschbottiche, Zuber und noch viel mehr. Da kamen zum Beispiel Bier oder Wein rein. Getränke mit Alkohol waren beliebter als Wasser, denn Wasser war nicht so sauber wie heute. Die einen haben also gearbeitet. Und was hat der Fürst so gemacht? Das zeige ich dir bei einer anderen Puppenstube. Komm mit!